Wir sind die Mannschaft vom HC Thurgau und ihr seid heute live dabei, hier zu Hause an einem spannenden Spiel von uns. Wir sind eine bunt gemischte Truppe. Es hat eigentlich jeden Charakter drin, den man sich wünschen kann über die 25 bis 28 Spieler. Es macht viel Freude. Jeder geht für den anderen. Wir ergänzen uns sehr gut. Wir trainieren vier bis fünf Mal in der Woche. Wir spielen zwei bis drei Spiele pro Woche. Mittwoch haben wir ein Day Off, wo wir uns regenerieren können und zwei bis drei Krafttraining, die noch dazukommen. Die Ziele für diese Saison sind ganz klar, einen Schritt weiter zu machen. Wir haben schlecht angefangen. Wir haben jetzt langsam den Faden wieder gefunden. Jetzt müssen wir weiter machen, an den Details zu arbeiten und dann kommt das gut. Deine Graf